Herzlich Willkommen zu einem aktuellen Video. Wir sind unterwegs in Bayern, österreichische Grenze. Hier hinten sieht man die Berge schön. Also unterwegs mit Pyrocrack und wir sind auf einem Feuerwerk Workshop, also einem Schulungsfeuerwerk heute, in Peisenberg am Ammersee. Wir sind schon mal sehr gespannt, wie das wird. Bilder von der Fahrt und so gab es jetzt nicht. Aber muss ja nicht immer sein. Auf jeden Fall sind wir sehr gespannt. Schöne Landschaft hier. Wie gesagt, da hinten sieht man die Berge schon. Also da hinten ist schon Österreich. Ja. Wir fahren jetzt auch gleich weiter. Stehen hier bloß kurz. Und dann geht es auch weiter. Und dann sehen wir uns da gleich wieder. Bis dann. Also Leute, wir sind jetzt am Abschussplatz. Pyrocrack frisst gerade. Ja. Wir haben jetzt, keine Ahnung, wie lange? Eine Stunde, zwei Stunden aufgebaut? Ich schätze mal zwei Stunden. Zwei Stunden sogar. Hier wird gerade Bodenfeuerwerk aufgebaut. Oder was heißt Bodenfeuerwerk? Ja. Römische Lichter und so weiter. Dann hier oben sieht man Mörser. Hier sieht man Mörser. Und ja. Das sind natürlich noch mehrere Mörser. Hier hinten. Sieht man noch welche. Hier wird noch weitergemacht mit Sonnen und so weiter. Also wirklich ganz gut. Vielleicht mache ich noch ein Video von nahem dann, dass ihr ein bisschen mehr Eindrücke seht. Und ja, das Feuerwerk wird so und so gefilmt. Davor war noch ein Vortrag, eine Dreiviertelstunde oder knappe Stunde über Sicherheit und was es alles gibt. Und ja, das meiste kennt man ja eigentlich als Feuerwerk-Fan. Aber ja, muss halt sein. Zur Einführung. Und bis jetzt macht es echt Spaß. Oder es hat Spaß gemacht, das Aufbauen. Und ja. Mal sehen, was wir jetzt noch aufbauen. Wir haben den einen römischen Lichterständer, den haben wir, der einpoliert ist, haben wir als Pilbreg und ich gemacht. Und dann noch zwei Inch-Mörser, Abschüsse, zwei Stück so aufgebaut und verbunden und E-Zünder und alles mögliche gemacht. Also mal schauen, was wir noch jetzt machen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ciao. So Leute, ihr bekommt jetzt Kommentar los. Mit Musik hinterlegt ein paar Eindrücke von dem Schulungsfeuerwerk, von dem Workshop. Wie ihr sehen könnt, es beginnt ja so mit Sonnen hier. Oder was heißt Sonnen? Ja, so Anfangssequenzen, so eher ruhigere Sachen. Und hier genau Sonnen. Auch so großen Aufsteller. Dann auch römische Lichter und so weiter. Cakeboxen. Dann von Blackboxen so schöne individuell machbare Cakeboxen mit versetzten Zeiten. Ich glaube ab sieben Sekunden, äh, ab vier Sekunden bis 1, irgendwas Sekunden kann man da festlegen. Dann haben wir eine von Pyro-Product oder wie das heißt. Pyro-Product von der neuen Firma. Cakebox mit 100 Schuss. Richtig geil. Ja, wie gesagt, römische Lichter. Dann von 2 Inch bis 3 Inch bis 4 Inch. Ähm, dann noch ein Fächer mit 4 Inch. Hier. Jetzt sieht man ihn. Und, ja, sonst noch kleine Überraschungen, die ihr dann seht. Äh, Kreiselsblitze und so weiter. Ja, und jetzt seht ihr noch kleine Eindrücke von nahem. Dann gehen wir hier jetzt rein. Danke. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020